So, wir sind online. Herzliches Hallo heute zu einem neuen Late-Night-Video. Das wird aber ein kleines spaßiges Filmchen eigentlich heute eventuell. Mal gucken, was kommt. Ganz kurz am Rande nochmal. Das ist der Mann, der schuld ist, dass ich kein Führerschein mehr habe. Panda, deswegen muss der jetzt auch fahren. Okay, naja, ich bin vorgestern. Panda, anders. Was denn? Glitzer in der 30er Zone. Oho, hässlich, Alter! 68. Hat es geblitzt? Wirklich? Es hat geblitzt ohne Mist. Quatsch! Ohne Scheiß! Warum weißt du die Scheiß-Schütze halten hier an, du Idiot? Oh, nee! Gar kein Problem. Ey, da vorne gucken, Jürgen, auf der Straße. Den Zimmer ich aufziehen jetzt hier. Was haben wir hier eigentlich für einen heißen Bahnplaner? Motorisierung ist? 1,5er. 1,5er? Ja, ich glaube nicht. Hahahaha! Oh, hier Polizei, geil! Die hier wird schon rausgezogen. Guck mal, hier links, links, links. Fahr mal links, fahr mal links. Das gucken wir uns jetzt an. Haben wir alle hingeschickt. Fahr mal langsam hier vorbei. Das ist natürlich bitter, ne? Audi, BMW. Alles hier. Das wäre ja. Komplettes Punkt. Weil hier ist wirklich... Junge, die haben ja richtig aufgefahren. Ärgerlich, ne? Also... Muss ich sagen, finde ich auch ein bisschen schade, weil das ist eigentlich nicht vonnöten. Wirklich bitter. Ja, finde ich auch, muss ich sagen. Brot angebracht. Zumal steht ja... Vor allem, du fährst ja her, schöner, entspannter Freitag. Du freust dich vor allem mal überhaupt wieder auf die Straße. Auf wieder ein Treffen. Ja. Na, die Jungs freuen sich hier aber auch aufs Treffen. Ja, die haben sich gefreut auf jeden Fall. Hier, guck mal. Eintragung, Prüfmotor, alles. Volles Programm. Scheiße. Und hier an der Ecke stehen sie quasi schon. Und ziehen dann einzeln die Leute raus, die angefahren kommen. Ja. Das ist wirklich krass. Allerletzte. Krass, Helmut, welchen Autos wir hier anrücken. Mit dem Schülpfer von Deo. Was ist denn hier? Da mach ich nicht am Platzpanner, so peinlich ist das. Geilste Kabel hier. Da drüber, rechtspanner. Nein, vor der Bühne. Wir sind das Bühnenfahrzeug hier. Gleich schon, scheinen konnte es. Wir sind direkt drin. Zack, die Kabel, alle weggerissen. Na, fein, wir kommen ja dann hier nicht mehr raus. Nee. Erst um eins. Na, du, ey. Spätestens muss ich um 10 hier weg. Ich sag's das schon mal. Du, also ich hab da noch einen Termin. Das war spektakulär. Ja. Na, weil ich morgen noch ein bisschen was zu tun habe. Na, ich auch. Morgen noch ein bisschen was zu tun. Ja, Red Bull darf natürlich nicht fehlen. Wegen Wachbleiben. So. Gucken wir mal was hier geht im Flugland heute. Ich bin mal gespannt. Heute ist halt leider kein Fahr-Event. Nee. Heute ist mal dieses gemütliche Stand-Event. Aber ich denke mir trotzdem geil. Ja, ich denke auch. Du, das Gute ist, heute trinken wir wieder mal einen. Das oder das Ding dürfte. Alter, der Pullover. Alter, keine. Das ist doch lässig. Du bist wirklich niedlich. Na klar. Ja. Da siehst du wohl aus wie der Kleiner wurde. Ja. Ja. Grüß an Toni. So könnte dein Auto aussehen. Hättest du wie Sano rot gelassen. Immer wieder geil das Auto. Sano wurde halt auch eigentlich die beste Farbe mit, ne? Zu dem Kandidaten machen wir nochmal ein extra Video. Das wollten wir eh schon mal von langer Zeit machen. Aber es ist Zeitlinger ein bisschen schwierig. Den Porsche, den gucken wir nochmal genau unter die Haube. Und der will auch Räder von uns haben. Also hier muss Mario nochmal Hand anlegen. Im Hard Design. Das ist ja das Fuhrmodell eigentlich, ne? Wunderschön. Ich finde aber das Geilste nur ganz kurz zum Vorspiel für das richtige Video. Das rote Lederabrett, das finde ich einfach nur fest. Einmal nur geil, oder? Ja, fest. Du siehst jetzt relativ schlecht hier auch. Und hier, guck mal den R39 finde ich. Ich liebe dieses Auto, diese Form. Weil, hatte mein Vater früher ganz ganz lange gehabt. Wirklich ein wunderschönes Auto. Die gab es halt als M5 mit V8 Motorsauger. Das war halt richtig geil, ne? Damals warst du der King mit so einer Kamera. Ja, auf jeden Fall. Mega. Schön tief. Aber die Verbreiterung kommen nicht schlecht, muss ich sagen. Der hat doch Lakai San hier nochmal schön nachgezogen. Ja, hier ist doch Lakai San mit dem Finger drüber. Das ist krass. Das ist eine Ausstattung. Eine Ausstattung, das ist krass, oder? Hippie Blau. Das ist schon heftig, ne? Aber es scheint trotzdem irgendwie original zu sein, weil es so abgesessen wie das Ding ist. Das ist der Fahrer. Der Fahrer sitzt. So abgerissen. Ein bisschen braun halt. Aber... Aber ansonsten halt... Klassisch schön, ne? Also... Das Geilste am E30 M3 ist ja immer... Kuckstügel, ne? Ja. Wirklich einfach ein geiles Auto. Einfach geil. Kommt gut, ne? Da hat der Stefan wieder ein Fake gebaut. Schöne Cobra. Ja. Aber geil sind die Teile schon, ne? Ja. Ich würde so den gerne mal fahren wollen. Ja, ich denke, Stefan von der Traumfabrik wird bestimmt mal wieder so ein Teil herankriegen, oder? Ich denke, der könnte mal wieder entsaubern, der Hund. Was ist mit DJ jetzt? Ist die Mucke im Hintergrund leise, ne? Er hat zumindest so ein Zertifikat-Ding da drauf. Also ein Schild. Shelby American Inc. Könnte sein. Könnte wirklich sein, ne? Macht aber auch Lücken, muss ich sagen, optisch, ne? Schön. Aber du kennst ja wieder... Selbst der Profi weiß es nicht, ne? Guck mal, hier haben wir noch so einen alten Porsche. Aber was für ein Lack. Das ist auf jeden Fall kein Lack. Das sieht einfach zu gut aus. Aber kommt auf jeden Fall geil, ne? Magst du die alten BMWs? Die 02? Ja. Die 02, richtig fett. Diese Haifisch-Schnauze. Die Sitze passen so geil zu dem Auto. Das ist das originale Alpina? Das wäre krass, aber ich denke, ja, das ist in so einer Art großer Schaden, ne? Noch mal reinschauen. Ach, hier. Ich höre dir das Auto? Ja, das ist meins. Ist das ein originaler Alpina? Ungar Alpina 77. Das ist ein 1802 und ist von der Alpina 77 umgebaut worden. Echt? Ich dachte erst, es ist ein 202. Also, 202, aber was ist da der Unterschied genau? Motorleistung. Achso, okay. Aber es hat 202 mehr Leistung? Der kleinste ist der 1502 mit 75, 602, 85, 802, 92, 2200. Und der TI hat 120 gehabt und der TI 131. Ah, krass. Alles klar. Gut informiert auf jeden Fall. Aber es sieht richtig geil aus. Wenn man so Fragen darf, was hätte so ein Auto an Wert rein theoretisch? Wie zu 964. Krass. Es gibt halt keine, ne? Rocking key, let's go. Sind das originale Sitze? Original 70er Jahre Rennsport. Ich hätte mich an diese geilen Copasitzen, würde ich sagen. Geil. Wirklich eine coole Kiste. Geiles Ding, auch fette Farbe, finde ich, ne? Ich mag die Farbe auch sagen. Die Farbe ist wirklich schön. Oh, hier. Was? Das ist aus dem Neuwagen. Egal. Ja. Wie lange hast du das Ding jetzt schon? Ich habe vier Jahre und zwei Jahre was da hier. Wirklich? Es sieht utopisch aus, wirklich. Original waren hier Kappen drauf, wie beim Brabant, mit zwischen Luftdüsen. Ja. Dass da ein bisschen mehr Luft kriegt, das einem von außen geil aufgemacht wurde. So ist es im Rennsport gefahren worden. Mit 165 PS. Das ist halt total eng, ne? Aber ich muss sagen, wenn man immer sitzt, ist es komfortabel. Leder, das ist aber ein Tonbrett. Ja. Das hast du aber selber gemacht, oder? Das ist selber genäht, ja. Wie schön ist das Ding? Mach dir mal an. Der klingt nicht großer. Der klingt nett, oder? Ja. Richtig geil. Mega, ne? Der klingt wirklich ein Stufe. Der ist schön satt auch, ne? Wenn der Alte so läuft, ja. Wub, 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 wub. Ne, dann läuft's auch ganz ruhig. Das ist ganz frisch abgestimmt. Bei B und L. Ja? Das hast du alles selber gemacht quasi? Ne, Motorabstimmung. Der Motor hat der Hoffmann Jürgen gebaut, das Blauen. Und abgestimmt haben wir's in Bayern. Sehr, sehr geil. Wie bist du dazu gekommen? Bist du schon immer mit dem BMW immer ein bisschen verankert? Ja, ich bin Mitglied BMW Freunde Vogtland. Okay. Und BMW 02 Vogtland bin ich Gründer. Geil. Vier Fahrzeuge. Wir haben alle mehr als 3. Was hast du noch für Fahrzeuge? Möchte ich nicht sagen. Alles weggetrieben. Alles weggetrieben. Fett, auf jeden Fall danke für's kurze Einführen in das Fahrzeug. Wir haben ihn erwischt. Mario. Wo kommen wir hier? Kompressor. Ja, der hat einen Kompressor. Konkurrenz. Konkurrenz. Er hat uns doch gerade eben gesagt, das sollten wir auch nicht ins Video reinnehmen. Du sollst noch ein bisschen Latte machen mit deinem Auto, weil er will ein Renngegen nicht. Aber so ein Fußkompressor sehe ich gerade, ne? Ja, ja. Aber Motorraummäßig, da sieht man jetzt mal einen Unterschied. Wie krass das bei Mario aussieht doch, ne? Ja. Utopisch. Aber trotzdem geiles Ding, vor allem hier mit Wasserladeluftkühler hier vorne. Ja. Fett. Naja. Ja. Wir müssen ein bisschen hinmachen. Wir haben jetzt drei Etagen vor uns. Mein guter. Hey. Grüße. Hi. Was ist denn mit Polizei hier vorne eigentlich? Ist natürlich bitter, ne? Die haben wir extra organisiert, dass das hier ein bisschen klappt. In der Tuning-Zene muss man richtig aussortiert werden. Ja. Ja. Die Zeit geht es dann wirklich einfach nur noch an. Das ist bitter, ne? Also wir haben ja ein Problem damit, wenn du sagst, die stellen mal zwei Autos hin. Das war ja nie so gewesen. Die haben ja komplett einen Zug hingestellt. Aber die haben ja alles draußen hier zugemacht. Völlig. Stehen die nur dort oder noch woanders? Nein. Hier in die Richtung, da in die Richtung. Quatsch. Ne, also groß ist Sauerei, ne? Für uns natürlich nicht immer älgerlich. Ja. Es wird natürlich jetzt Montag ein ernstes Gespräch mit Schöneck gegeben mit der Stadt. Weil wir dadurch nicht so begeistert sind. Weil die müssen ja irgendwo trotzdem da mit... Irgendwie müssen die das Ganze eingerührt haben, ne? Richtig. Ja, oder zumindest davon gewusst haben. Das Treffen gibt es jetzt, ich glaube, vier Jahre. In den vier Jahren. Zwei-, dreimal im Jahr. Hier gab es weder einen Unfall noch irgendwo. Das ist eine Schlägerei oder irgendwas. Die Anwohner haben sich schon nie beschwert. Die Stadt Schöneck steht eigentlich hinter uns. Weil die haben immer gesagt, ist geil, was ihr macht. Macht Schöneck schön bekannt. Weil es ist ja hier dieses... Ja, Weinpark. Ja, genau. Und deswegen finde ich es halt jetzt echt übertrieben. Weil das ist hier eine... Die sind, ich glaube, mit zwölf Autos da oder irgendwas. Also komplett mit LKW. Das ist wirklich THW dabei. Alles. Also gut, das war jetzt eine Ausnahme. Ja, die Süßkärchen hat erst gewechselt. Wie geht es mit deinem Projekt weiter? Hast du mich gerade? DSG. Das weiss ich schon. Machst du mir alles nach jetzt, oder? Ja, weih. Ich guck mir bei den Großen ein bisschen was ab. Ja, gut. Ich war ja schon jahrelang in der Leistungssinn unterwegs. Ich meine, klar. Dann lernst du noch was. Ich finde, das kam aber lange kein Video, ne? Ne, wir müssen mal jetzt was drehen mit dir wieder machen. Gut, ihr habt relativ lange auf die Nockenlein gewartet, ne? Ja, danke der Nockenlein. Ich müsste erst mal korrigieren. Der gute Herr hat sich sehr auf mich eingesetzt. Ja? Aber es war auch wirklich ein Schreck, die da wirklich sehr lange rumgemerkt. Okay. Aber Leistung gemessen nochmal? Nur mal, also reingesteckt am Mittwoch glaube ich. Dann mal grob ein bisschen eingestellt und ohne Abstimmung, also ohne jetzt hier nochmal anzupassen und sonst was. Das hatten wir ja wieder die alten Werte, die wir damals hatten. Gut. Bin sehr gespannt. Also machen wir das nächste Video jetzt bald nochmal, oder? Mit fahren. Sehr geil. Ja. Sie verhalten sich halt sehr ruhig. Das ist Schnauze voll, oder? Ich werde es gleich trinken. Ja, das ist schon ärgerlich, ne? Hallo, ist eigentlich das zweite Rad am Magen? Also mit Steve zusammen? Ne, stopp, andersrum. Das ist der zweite Part von Late Night. Der eigentlich immer die Organisation hintenrum macht, was Kinder mitbekommen. Und Steve ist der da vorne immer posaunt. Also ungefähr wie ich. Ja, das ist ein Auto. Steve kümmert sich quasi um die Fahrzeuge und das Ganze und ich mach quasi das hintenrum das Ganze, genau. Und jetzt seht ihr den geilen Manu hier und zieht mal die Karte von ihm rein. Ein richtig geiler Fitment Bomber. Was ist das für ein Auto? Honda? Honda Legend, ja. Honda Legend? Ja. Ist das Ami-Teil? Japaner halt, ne? Also gibt es alles Akura, gibt es den bei der Amis. Ja. Ist das identisch das gleiche. Acura RL heißt er da. Und hier ist halt ein Honda Legend. Richtig geil, ohne Scheiß. Was hast du denn für Maße vorne verbaut, Manu? Honda sind 10x18 ED-15. Halt mit 5,5 Zoll Außenbett. Und hinten ist halt 12x18 ED-15. Was für Sturz hast du hinten? Keine Ahnung. Ich hab gedreht. Ja, ich hab halt gedreht, bis es halt gepasst hat. Einfach was ging. Aber ich kann über 20 Grad drehen auf jeden Fall. Ich kann jetzt mal kurz von Mario sprechen. Er wäre sehr sehr stolz auf dich. Er wäre sehr sehr stolz auf dich, wenn er das sieht hier. Mario, das kannst du gleich mal in den Kommentaren schreiben. Und was sind das für Felgen? LXVT. Okay. Also direkt halt gesagt, ich will die so haben. Dann hat der Alex von LX-Felgen halt die so gemacht. Die Deckel, die hab ich noch nicht. Weil die sind... Es hat ja ewig gedauert, hier einen Reifen mal drauf zu bekommen. Aber das Geile an so einem Flachbett ist halt, wenn der Reifen runterrutscht, dann pumpe ich einfach Luft auf und der ist wieder drauf. Weil da übers komplette Flachbett abdichtet. Also ich kann einfach aufpumpen. Ich finde das Flachbett passt doch wirklich nur zu Japaner. Ja. Das ist so. Es sieht einfach nur vorne aus wie nicht. Wirklich eine geile Kiste. Was haben die für den Motor drinne? 3,5 Liter V6. Wuhu. Das geht ja hoch. Also der vom NSX, ne. Wirklich? Der wird eigentlich nur vom Automatikgetriebe gebremst, ne? Vier Gang Wandelautomatik, ja. Wirklich? Vier Gang. Alter Schwede. Lass uns auch hinten nochmal gucken. Also wie weit sind die Radläufe, wie hast denn die angepasst? Also die hat erst jemand gemacht gehabt. Da war ich da nicht so zufrieden. Da wurde ja schon mal komplett lackiert. Dann hat er quasi der nächste, der zweite Versuch quasi, ja nochmal gemacht. Bin immer noch nicht 100% zufrieden halt, aber ist besser halt. Ich weiß nicht wie viel, keine Ahnung. Ich muss trotzdem sagen, Manu ohne Scheiß, das ist mal eine richtig fette Leistung. Danke. Weil man hat nicht vergessen, die beiden nennen sich ja auch Late Night Show und Leistung vereint. Also die beiden treffen es auf den Punkt, sie fährt die Leistung, Manu hat komplett die Show. Aber ohne Scheiß auch richtig geil getroffen. Finde ich richtig geil. Wirklich. Ich habe euch das erste Mal jetzt von hinten gesehen und habe gedacht, hab ich es mit dem Sturz wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ich habe den vorne nur gedreht, bis er halt passt. Und jetzt habe ich von hinten gesehen, dass ja gar nicht so viel Kontakt ist. Hat der Prüfstand auch gesagt? Ne, ich hatte ja. Der Prüfzug. Ballerfarben. Ich bin auch heute Vormittag gefahren. Wirklich, wirklich geile Karre. Mega. Ja, das ist wirklich wie in so einem alten Benz zu hocken. Wie Sofa. Einfach nur entspannt. Geil. Hat er eine Ausstattung für die Sauen. 20 Jahre alt, elektrische Sitze, elektrische Denkwad. Guck mal hier drüben, Memory. Ja, das ist der Knaller. Edel. Aber so eine Karre habe ich an sich, so kann ich nicht rumfahren sehen großartig. Ne. Haben die viele auf dem Schirm, denke ich. Geil. Wodka eh heute übrigens. Es gab nichts anderes an der Bar. Das wird man wieder ein komplett anderes Video wie sonst. So, jetzt haben wir mal den beachtlichen Unterschied. Das ist ein S6 hat Vollzeitraut und der hat ja den S4. Genau, hieß Frank S6. Aber dasselbe Motor, ne? Genau, das ist quasi einfach nur das Facelift. Aber die Karosse ist ja dasselbe, ne? Grundlegend ja. Aber einfach ein geiles Auto vorlegt. Es ist im Endeffekt einfach ein Facelift von meinem Auto. Mach's fertig. Mach's einfach fertig. Was haben wir hier? Hallo Opelfreunde. Edel Lotus. Geil. So ein Ding siehst du auch nicht mehr, wa? Fett eigentlich, ne? Richtig. Guck mal. Die fette Schwellerpartie hier auch, ne? Ey, die Kisten, die waren früher der Kracher, ne? Und was wirklich fett ist, ist halt die Ausstattung. Scheiße, es spiegelt ganz schön. Aber die haben wirklich eine mega fette Ausstattung. Ein Lotus-Opega. Genau, so war das Ding. Genau. Die hatten, ich glaube sogar Biturbo-Aufladung. Ja. Ah, hier sieht man ein bisschen die Ausstattung. Das ist schon, äh, das ist schon echt geil. Der Käfer so schön unten, muss ich sagen. Ja. Ha! Ha! Wolltest du gerade aus, ob das Ding hochkommt, oder was? Ne, 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 ne. Ah, der ist doch schön tief, ne? Oh, 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 oh. So, was jetzt? Alles da, was wir brauchen, du. Na, mal Laudung. Na, mal Laudung. Reicht das Ausstattung? Ja, das Auto ist Sonne, ne? Richtig Sonne. Okay, Lackmangel. Wirklich vom allerfreiensten. Und die Gold steht hinten drauf, ja. Badina. Badina, ne? Das muss man ja mal leben und leben lassen, ne? Fett. Badina, ne? Mario. Wir schon wieder. Wir haben ja was für dich gefunden. Guck mal, Mario. Ein Rad 48 Gussrad. Von Audi, abgesegnet. Ja, von Audi, abgesegnet, ganz genau. Das riecht lässig. Innenausstattung ist richtig geil. Ja, auf jeden Fall. Aber ist gut gemacht aus dem 3D-Drucker sehe ich gerade. Ja, muss man wirklich sagen, geil. 3D-Drucker-Optik, aber auf den ersten Blick sieht es wirklich echt aus, geil. Chapeau an den jungen Mann, der es gemacht hat. Ja. Ganz klar für mich ist es der Kennzeichen-Chef heute. Mehr gehe ich wirklich. Guck mal, die Plakette. Du? Aber fettig geht es eigentlich, ne? Geile Karre, aber irgendwas ist schade. Plakette fehlt. Der Porsche hier. Ja. So, ja. Aber sonst? Fettes Teil. Helle Ausstattung. Schade, hinten, hinten. Komm mal, hinter. Hinten ist wehig, ja. Ja. Vorne weiß. Ja, muss ja noch nicht fertig sein. Wir haben vorhin schon über die Polizeikontrolle berichtet. Du bist quasi einer der armen Leute, die es erwischt hat. Ja. Was solltest du machen? Was war deine Auflage? Ich wollte nochmal zum Waschen. Hä? Ich war schon längst hier. Ein paar Autos eigentlich sauber. Ach so. Aber ich wollte nochmal zum Waschen. Ja. Und dann warst du. Haben sie mich erwischt. Haben sie mich erwischt. Na ja, und was war jetzt? Warum? Was haben sie bemängelt? Bemängelt? Was? Radreifen. Unzu tief. Ja? Ja. Wirklich edel. Vor allem, was ich geil finde, ist diese Plastikstruktur-Stoßstange, die man hat beim Golf. Schön schwarz lackiert. Sieht wirklich geil aus. Ja. Fällt mir richtig gut, wirklich. Was hier? WMW? Das hast du gerne. Alter 5er ist das übrigens. Ja. Aber macht mich ja nicht so ein, habe ich ja schon gesagt. Ja, ich bin. Mario. Hier sind's nochmal. Wir haben's schon hier gefunden für dich. Der ist schöner Fitment-King Mario. Hier sieht's ja gut aus, aber Achtung hinten. Hinten? Hinten ist direkt hinter der Kante Mario. Hinten ist wirklich perfekt. Können wir so ein Bild einblenden? Mario sagt, stopp. Das wär geil, oder? Ja, aber ich hab kein Bild. Hör auf, ich muss wieder irgendwelchen Scheiß und was geben. Ja, wir machen das so. Hier der Nächste. Arbeit. Mario, die leben alle dein Leben. Mario. Servus. 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 Du hast unerwollt Licht. Das ist ja Hammer. Das haben wir ja schon ewig nie mehr gesehen, sowas. Was ist denn da rausgekommen? Ja, durch mein Komwild. Der hat dann irgendwie mit dem Tuning angefangen. Und dann, ich als erster Auto, haben wir da ein bisschen was nachgemacht. Da haben wir wegen unerwollt Beleuchtung, neue Felgen. Anderer Turbolader. Wirklich? Neuer Turbolader, schön. Ja. Alles ist geil. Warte mal. Ah, ne kleine Ideeleiste ist das. Ja. Man muss ja dazu sagen, man will sie glauben, aber der Unterbodenlicht Trend kommt ja ein bisschen zurück durch die Japan-Szene. War ja eigentlich fest im Juni. Ja, aber guck wieder mittel zurück. Guck da drüben. Oh, verließe. Ja. Geil, Mann. Wenn, wenn einer was sagt. So, man kann es sagen. Ich. Moja der Ersten. Servus. Hau rein, Schau. Obwohl ich finde, das Tuning nicht wirklich zu blau passt, ne? Ne, muss ich auch sagen. Auto geil. Oh, Motorraum ist krass. Oh, Motorraum ist krass. Das ist natürlich bitter, ne? Was kam raus? Alles safe. Alles safe? Alles eingetragen, alles? Alles eingetragen. Solltest du Motorraum aufmachen? Ja, ja. Und was muss ich gesagt, wo die reingehoben haben? Ja, genau. Und du so, alles original. Der ist nur auf Farbe geändert. Ne, der hat nachgefunden. Ich hab mir gesagt, Firma ist eingeladen, Ladeluftkühler, sogar der Wasserkühler, Anzahlbrücke, Turbolader, sogar Luftfilter, alles. Ja. Jawohl. Der ist ja nach hier unten versetzt. Aber ein Segen Auto ist schon krass gebaut, muss ich wirklich sagen. Vom Japans Ziel her ist es schon edel. Aber warum grünes Unterbodenlicht? Das passt doch auch nicht richtig zu dem Verein. Das ist jetzt nicht. Ich hab aber... Ah, das ist die neue End, oder? Ja, aber das Problem ist, ich wollte immer rot. Das geht, aber... Das funktioniert schon. Ich bin am Tokio-Autosalon. Oh, jetzt haben wir rot. Oder? Ne, nur noch grün. Weil das sind zwei verschiedene Systeme. Hast du denn so eine Leitens für zu Hause eigentlich? Nein, nein, das ist direkt unterboden bei euch. Das Auto, ja. Wassergeschützt, alles. Es ist gar nichts passiert. Geilo. Sind das Originale? Das sind Originale, richtig. S1, ne? Genau. S1 3P. Drei-Teiligen. Ah, schon fett, ne? Geiles Rad. Alle 24 Grad echt vergeudet. Weißt du, was ich wirklich geil finde? Außer den Rädern? Der Übergang zwischen Carbon und diesen neuartigen Carbon vom Huracan performante hier. Das hab ich noch nicht gesehen. Da hab ich auch nachgeguckt. Da war ich der erste eigentlich weltweit, der das so hatte mit den zwei verschiedenen. Ja. Auch das Forge Carbon haben wir selber gemacht. Also das gibt's auch nicht so. Und wir wurden auch, oder auch mein Carbon-Bauer, der das mit mir gemacht hat, wurde angeschrieben, wie er das gemacht hat von namhaften Carbon-Bauern. Ja. Wir wollten es einfach mal probieren. Also ich finde, gefühlt sieht das Auto aus. Das hättest du alles, was man sich irgendwie an Ideen holen kann, alles einfach hier reingepackt. Das ist wirklich brutal. Das ist wirklich alles ein bisschen mit verbaut. Hier die tropfenwürmigen Spiegel und so weiter. Das sind originale WRC-Spiegel. Wirklich? Das ist ein Original. Was ist mit der Antenne hier oben? Die ist Original. Ich wollte deswegen noch ein Teil an dem Auto Original bleiben. Kann man die ausziehen? Ja. Deswegen, pass auf, warte mal. Ich wollte eigentlich erst ein Hot Wheels-Motto draus machen. Mhm. Wirst du gleich sehen, warum. Weil da wollte ich dann eine Fernbedingung mit hinstellen. Weil... Hahaha. Geil. Sieht aus wie ein fanggesteuertes Auto. Das ist geil. Was ist hinten? Ist das Makrolonscheibe oder ist das einfach mal eingekloppt? Das ist... Ach, es ist einfach unten. Einfach ein Stück unten und diese Blende rein, ne? Die gibt's aus Amerika. Kann man die bestellen. Die fahren sie im Rally Sport. Damit du halt da hinten die Belüftung haben. Alles klar. In der Innenraum ist ja schon Video Besicht bei der Garten. Vollschalen Sitze mit Mikroren. Du hast sogar Carbon-Fußmatten. Ja. Also hier wurde... Da können wir es auch verarbeiten, es beleuchtet. Reicht gerade aus. Diese Superman-Logo. Bist du so ein Superman-Fan? Überhaupt nicht. Ne? Absolut nicht. Vor allem überhaupt nicht. Nein, ich hab mit Superman nichts am Hut. Gleich für Subaru steht das ein bisschen, oder? Ja, ich kam nur auf das Motto wegen dem Aufkleber auf der Frontscheibe. Den hab ich... Dann ziehen wir es halt durch. Dann ziehen wir es halt jetzt mal durch. Dann ziehen wir es jetzt halt durch. Ja, genau. Ich... Achso, ähm... Ja, was ihr... Ob ihr da irgendwie was machen könnt? Weil ich würde vielleicht etwas breiter machen. Ganz kurz, wir können es machen. Du musst in die Kamera sagen... Du, ähm... Mag Mario. Mag Mario. Wir hätten hier einen Kunden für dich. Ja. Eventuell. Ne? Dann würde ich das Mario weitergeben. Ja. Wir sollen es bei dir melden. Ja. Und dann geht das los. Was hier, aber noch krass. Ganz kurz den Ball noch. Was ist das hier? Die muss ich... Weil ich habe ja das geschimpelte Kartonlenkrad. Mhm. Und die brauche ich, damit ich am Lenkrad bleiben kann zum Blinken. Achso. Und deswegen sind die dran. Krass. Sag mal, die Sitz ist ja niemals eingefahren. Das geht doch gar nicht. Auch die Kutte ist alles eingesetzt. Das ist aber kein Sichtschutz. Schulterblick, gut. Dann kann man sich die Nase leicht brechen. Aber... Nein, das ist wirklich alles eingesetzt. Ja, mega. Geile Kiste, mein Alter. Dankeschön. Ich denke... Wenn wir die Felgen machen, kriegst du eh nochmal ein extra Video. Da will ich gar nicht zu weit vorgreifen. Weil du hast was von breit gesagt. Und dann bist du eigentlich schon ziemlich gut im Rennen drinne. Da bist du schon relativ weit vorne. Da ist der Filter schon, hat schon gut zugeschlagen. Das ist cool. Weil die sind jetzt 11x18, eh die minus 25. Also da muss ich... Vor der Achse, ne? Uh, rundherum. Ich bedanke mich bei euch. Na guta? Macht's gut. Danke dir, hau rein. Ciao. Corrado? Corrado in Silber. Kann ich noch sagen, edles Geschoss. Obwohl das schon mehr grau ist wie Silber. Ähm, was ich übrigens fragen wollte. Hm? Viele haben in den Videos gesagt, es gibt ja eine VR6 Motorhaube und eine G60 Motorhaube. Die hat anscheinend einen Antrieb größer. Das muss ich. Habe ich auch nie gewusst, muss ich alles sagen. Habe ich auch im Video jetzt gelesen. Das ist ja ein G60 hier. Das ist die G60 Motorhaube. Dann. So ist er meine. Aber ich weiß nicht, ob ich in der VR6 Motorhaube liegen soll. Na die soll angeblich ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Wölbung haben. Was sagst du dem Felgen? Finde ich eigentlich halt nicht schlecht, muss ich sagen. Finde ich eigentlich ganz witzig. Sieht gut aus, ne? Ja. Aber, äh, ich denke hier würde noch einiges mehr gehen. Ich mag ohne Scheiß. Der Arsch Corrado ist nicht immer so nice. Rote Rückleuchten auch absolut geil. Das war jetzt englisch, oder? Nice? Nice, yeah. Nice, bro. Das wäre er, ne? Audi 200er Wand. Audi 200. Richtig geil. Sieht richtig schön aus. Ich mag auch die komplette Form im Auto. Was sagst du? Irgendwie eine geile Kiste, weil sieht man halt echt selten, ne? Ja. Und ein ganz schönes Schiff. Ist ein ganz schön langes Schiff, ne? Ey Kay, guck mal hier. Unsere Schnecke. Ist sie wirklich hier? Hahaha. Aber ist geil, ne? Guck mal hier drüben. Guck mal drüben rein. Guck mal drüben rein. Guck mal drüben rein. Details. Ich mag ja generell, auslackierte Motorräume sehen immer geil aus. Ja, 6 geht drüben rein. Ja, 6 geht drüben rein. Ja, das kann man nicht drüben sein. Ja, ich bin ruhig, ne? 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 Du hinkommst der Kamera auf, gar kein Fall, ne? Überhaupt nicht. Was ist denn los hier in deinem Viertel? Überall Polizei? Ja, ja. Das geht doch von dir aus. Ne, ich bin da unschuldig. Ja, na klar. Ich suche irgendeine mit 340 Grammar. Max, mag ich bin ich keine meine? Ich spiel das nicht. Wo ist noch Gold? Bist du zu Hause? Ja, bring ich's morgen. Bring ich's morgen? Ja? Bring ich's morgen. Weil du machst das stressig. Ja, richtig. Man muss ja alle Fahrzeuge, wenn man will, ausführen. Schaust du auf Achsel dann? Ne, ich fahr dich um den Engerwimmel. Das ist heiß. Gib mir das auch noch nicht. Schau dir erstmal auf den Parkplatz. Bis deine. René Rummler. Ja. Das wird einigen immer was sagen. Ich sollte den Oldschool Jungs vielleicht was sagen. Weißer Audi 220V Turbo. Legendäres Video damals. Anfangsjahr von YouTube. Selbst hier sein R6, ne. 900 PS und 1350 Newtonmeter. Das ist schon krass. Unfallschalter. Limo ist gar nicht so oft, ne? Limo und Schalter. Ja. Ja, ist schon geil. Jetzt steuere ich die erste Düse und das steuere dann die Powerdüse zu. Ja, hab ich ja. 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 Hier wird schon wieder auf Serie umgerüstet, weil Angst vor der Kontrolle, wenn man nach Hause fährt. Ja. Das macht einfach alles kaputt, ne. Schade eigentlich. Ist wirklich schade. Zumal hier wirklich nie gerast wird oder irgendwas anderes. Darf ich nicht vergessen. Ja. 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 Die Fahrt hat eben von den drei Prüfzügen vorbei und die haben wirklich die komplette Zufahrt der Late Night komplett gesperrt. Also es ist alle drei Zufahrten, die es gibt, sind mit Prüfzügen. Das ist wirklich ohne Scheiß richtig krass. Einfach finde ich ein bisschen too much, weil da strengt die Leute ab, die haben auch keinen Bock herzukommen. Die werden morgen wahrscheinlich die Veranstaltung absagen für morgen, weil, ja, ich hätte auch keinen Bock herzukommen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich wüsste, den Stress mit der Polizei, hab ich auch keine Lust drauf jetzt, das ist extrem schade, muss ich wirklich sagen. Bis zum nächsten Mal.